Dass die Injektion der Weg aus der Krise ist, darüber muss man nicht diskutieren. Aber so wie die Impfpflicht jetzt auf dem Tisch liegt, ist sie zu überdenken, wird der SPÖ-Politiker zitiert. Statt Verwaltungsstrafen will Doskozil eine indirekte Impfpflicht, in dem PCR-Tests für Ungeimpfte kostenpflichtig werden. Das Geld, das dabei hereinkommt, müsste zweckgewidmet ins Gesundheitssystem fließen, betont Doskozil dem Bericht zur Folge. Auch die geplanten Verwaltungsstrafen sind im Grunde genommen eine indirekte Impfpflicht. Denn wer es sich leisten kann, kann sich in der von der Regierung geplanten Variante ja davon freikaufen, wird der Landeshauptmann zitiert. Der Aufwand für die Behörden durch die rechtlich komplexe Impfpflicht wäre zudem enorm, sagt Doskozil. Wegen der Omikron-Variante müsse man neu evaluieren, meint er.